Ich habe die Lehrstelle bekommen, weil ich eine sehr aufgeschlossene Person bin und weil ich von Anfang an sehr freundlich war. Ich habe den Job bekommen, weil ich natürlich mein Studium abgeschlossen habe, weil ich immer sehr motiviert war. Ich glaube ich war ausschlaggebend, dass ich sehr authentisch aufgetreten bin, sehr selbstbewusst und ganz einfach das nötige Know-how mitgebracht habe. Sehr wichtig ist, dass man eben einen kommunikativen Charakter hat, dass man gern mit Menschen arbeitet, dass man sich auch gern auf viele Persönlichkeiten einlassen tut, weil man genauso wie im Team auch im Verkauf mit Kunden sehr viel zu tun hat. Man sollte spontan und freundlich sein. Spontan vor allem deswegen, weil es Kunden gibt, die mehr Beratung brauchen, sage ich jetzt mal, und für die muss man sich dann eben auch Zeit nehmen. Es ist von Vorteil, wenn man natürlich ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen hat, wenn man sehr motiviert ist, wenn man sich für Trends interessiert. Damit man gut zu mir ins Team passt, muss man sehr teamorientiert sein, sehr menschenorientiert und kundenorientiert sein, authentisch auftreten und eine natürliche Freundlichkeit und natürliche Gepflegtheit an den Tag legen.